Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, dies ist ein bedingungsloses Bekenntnis zu Gisbert. Und Sie sehen, ich stehe sogar auf für ihn. Das habe ich noch nie gemacht, bei keinem einzigen Film, aber die Ehre sei ihm sicher. Denn Gisbert ist schlichtweg der aller, allerbeste Freund, den Kinder haben können in diesen gruseligen, grauen Zeiten. Und ein Kalender ist auf jeden Fall dafür gut, ich darf mich gerade ganz kurz nochmal hinsetzen, um Rituale und Ordnungen ins Kinderleben zu bringen. Also dieses, wie die Zeit vergeht. Also jeden Tag einfach mal zu gucken, was haben wir heute für ein schönes Bild und das bleibt dann einen ganzen Monat lang. Immer wieder, immer wieder Gisbert, Gisbert, Gisbert. Und nicht vergessen, es gibt auch wunderschöne Gisbert-Bücher. Also darüber gibt es natürlich sowieso schon die ganze Zeit wunderbare Filme. Aber dieser Kalender ist mir deshalb so wichtig, weil er wirklich der Inbegriff des Kinderschmuckstückes ist. Diese herrlichen Poster, groß und mächtig in ihrer Buntheit und Schönheit. Ja, das war es eigentlich schon. Fürs ganze Jahr, Daniela Drescher mit ihren Kinderzimmer-Kalenderbildern von Gisbert. Unbedingt sollte man diesen Freund Kindern fürs ganze Jahr schenken. Danke. 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 Danke.